Liebe Zuschauer, Alkohol ist nichts Gutes. Man kann ihn zwar ab und zu mal trinken, aber man sollte es nicht übertreiben. Alkohol ist die gefährlichste Droge der Welt. Ihr braucht nicht auf Alkohol zu verzichten, aber achtet darauf, dass der Konsum sich in Grenzen hält. Moin! Erstmal Bier, oder? Ich hole eins. Hallo, ich gebe drei Bier. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. So, und demnächst, wenn wir da nochmal hingehen, dann würde ich so machen. Amir, ich will zeichnen. Ja, okay, ich will das an den Arbeiten. So viel auf der Party ist, es ging gar nicht. Die war so voll, nachspielvoll, es ging einfach gar nicht. Den Mann, so ein Lass. Der ist echt voll. Der hat übernötigt, ich kann das nicht ganz lange für euch. Jetzt kann man nur so viel trinken. Ja, der ist voll ein Scheuer, das finde ich das sehr geil. Der hat übernötigt, ich kann das nicht ganz lange für euch. Was soll ich denn bloß anziehen, damit sie mich beachtet? Ah, hier. Hey. Hi. Du bist mir immer schon aufgefallen. Ich wollte fragen, ob ich deine Nummer haben darf. Ja, klar, warte. Ja, jetzt. Dankeschön. Hast du vielleicht heute Abend Zeit? Heute Abend? Ja, natürlich. So um halb fünf? Ja, halb fünf geht. Ich wohne da hinten, vielleicht kommst du einfach rum. Ja, okay. Okay, tschüss. Tschüss. So machen, wenn wir dann das Bier da zapfen, dass wir dann auch noch das so... Moin! Hallo. Ich kann leider heute nicht so lange bleiben, ich muss noch weg. Okay, aber trotzdem erst mal ein Bier, oder? Natürlich. Prost! Prost! Hallo. Ich glaube, bist du hier endlich. Eine Stunde später, ne? Ja. Oh, meine Handygoogle geht noch falsch. Ähm, und ich hatte noch was zu tun. Alles gut, komm jetzt mal rein. Du meinst, du hast ja voll gefahren. Ich stimm doch gar nicht. Raus hier! Wie geht es? Also in der letzten Zeit über drei Pisse wirklich, ich meine wir trinken ja auch, aber er übertreibt es ja wirklich. Da bist du ja endlich, wo warst du denn, ist ja jetzt so voll. Trinken ist ja cool, aber du übertreibst ja wirklich in der letzten Zeit, sowas brauchen wir doch nicht ein Freund. Echt mal, lass mich mit mir. Da können wir jedes Mal was tun. So kann das nicht weiter gehen. Ich kann das nicht alleine schaffen. Ich muss eine Therapie machen und es dann nochmal versuchen. Ich kann das nicht weitergehen. 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 Wenn doubled nicht mehr gehen können, dann beide versuchen, dass ich das nicht wenigstens mein Herz zu vers Testingen habe. Untertitelung des ZDF, 2020